Als Rentner nur zwischen Apotheke und Arzt pendeln, aus dem Fenster die Nachbarn beobachten und zwischendurch beim Rewe abhängen? Nicht in Australien, denn hier drehen viele Menschen im Ruhestand doch mal richtig auf. Mein Name ist Chris, geboren und aufgewachsen in Deutschland, jetzt seit mehr als 15 Jahren in Australien und abonniert gern diesen Kanal, wenn euch das echte Leben in Australien interessiert. Dankenswerterweise machen das ja immer mehr Menschen, wir sind schon fast 40.000 hier in diesem Kanal. Nochmal ein herzliches Willkommen auch an alle, die in den letzten Monaten und Wochen neu dazugekommen sind. Wir reden heute über eine ganz besondere Gruppe in Australien, die einen Lebensstil führt, von dem wirklich viele nur träumen können. Es sind die grauen Nomaden, Rentner, die das ganze Jahr und auch über viele Jahrzehnte manchmal mit dem Wohnwagen durch Australien ziehen und ein sehr freies und abenteuerliches Leben in der Natur genießen. Quasi Vanlife für Oma und Opa. Und deswegen, ganz egal wie alt ihr seid, jetzt kommt die ultimative Inspiration, dass es im Leben nie zu spät ist. Let's go! Imagine du bist Mitte 60, beendest dein Berufsleben, die Kinder sind entweder erwachsen oder du hattest nie welche und du fragst dich, was jetzt? Australien hat auf diese Sinnfrage eine Antwort, denn hier erkundet eine wachsende Zahl von Reisenden im Rentenalter die Freiheit der Straße als graue Nomaden. Mit ihren Wohnmobilen, Wohnwagen oder Geländefahrzeugen lassen sie einfach mal ihr ganzes Leben hinter sich und starten ein neues Leben in der Natur, in der Wildnis und in ländlichen Regionen. Dabei legen sie oft sehr weite Strecken hinter sich, durchqueren oder umrunden Australien komplett oder bewegen sich wie Zugvögel, um dem angenehmsten Klima hinterher zu reisen. Teilweise sind das auch richtig krasse Touren durch einige der größten Wüstengebiete der Welt. Und ja, das sind alles Menschen, die 60, 70, 80, 90 Jahre alt sind. Klingt exotisch? Dann hold your horses, denn bei den grauen Nomaden handelt es sich nicht um irgendwelche exotischen Ausnahmen. Wir reden von Zehntausenden von Menschen, die ihre festen vier Wände gegen ihr rollendes Heim getauscht haben. Man trifft sie auf Campingplätzen, man sieht sie in Kleinstädten, vor allem in Outback und in ländlichen Regionen. Und wenn es nicht anders geht, dann kampieren die auch gerne mal am Straßenrand. In Australien ist ja Kampieren eigentlich überall dort erlaubt, wo es nicht ausdrücklich verboten ist. Es gibt also viele Möglichkeiten, sein Gefährt irgendwo günstig oder umsonst abzustellen. Kurzer Tipp für euch, die vielleicht jetzt oder bald auch unterwegs seid mit einem Wohnwagen in Australien. Schaut euch mal Showgrounds in Kleinstädten an. Das sind die Festplätze und wenn da gerade kein Fest stattfindet, was meistens der Fall ist, dann darf man da oft sehr günstig oder umsonst campen. Es gibt Toiletten, Wasser, Duschen. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, wenn ihr in den ländlichen Regionen unterwegs seid. So, zurück zum Thema. Wir müssen festhalten, graue Nomaden sind kein Einzelfall, sondern eine statistisch relevante Bevölkerungsgruppe. Zehntausende machen das. Wie sehen jetzt so graue Nomaden ganz typischerweise aus? Naja, die sind natürlich erstmal so individuell wie auch die angebrochenen Erkältungsteepackungen, die sich in eurem Küchenschrank über die letzten zehn Jahre angesammelt haben. Es gibt aber natürlich Gemeinsamkeiten und die möchte ich euch kurz vorstellen. Also, imagine ihr begegnet jetzt ein paar grauen Nomaden, vielleicht ein Pärchen im Outback und dann werdet ihr basically erstmal feststellen, dass man sehr leicht mit denen ins Gespräch kommt, dass sie sehr gerne von ihrem Gefährt erzählen und von ihren Erkundungstouren und sie wirken auch sehr energetisch, dynamisch, abenteuerlustig. Aber je tiefer man in ihre Welt eintaucht, da werdet ihr auch feststellen, dass sie auch ganz typisch die ältere Generation Ossis verkörpern. Was bedeutet das? Naja, erstmal Herzlichkeit, moderne Ausstattung, weltoffen, das passt schon so ungefähr. Schließen auch neue Bekanntschaften, aber haben auch eine krasse Bindung an ihre Heimat. Und die Reiselust ist auch nicht grenzenlos, sondern sie ist auf Australien beschränkt. Das sind keine Menschen, die jetzt unbedingt nach Europa oder nach Amerika fahren würden für den Urlaub. Sie bleiben in Australien und sie lieben ihr Land auch. Politisch sind sie auch recht homogen. Wenn man grauer Nomade ist, dann wählt man eigentlich entweder Labour oder Liberal. Das sind die zwei größten Parteien hier in Australien. Labour ungefähr so wie SPD, Liberal ungefähr so wie CDU, nur weiter rechts. Wenn man politisch mit denen auf einer Linie ist, dann ist man im Game. Aber ich glaube, alternative Auffassungen sind in der Szene auch nicht so beliebt. Graue Nomaden sind oft gesellschaftskritisch, reflektieren über Veränderungen und haben vielleicht auch Angst um die Zukunft ihrer Nachkommen, ihrer Enkelkinder und so weiter. Am Ende des Tages ist das alles schon sehr Boomer-mäßig. Aber hey, jede Generation hat auch Eigenschaften, die ein bisschen cringe sind. Und dieser ganze Generation-Hate, wo irgendwie die Alten auf den Jungen rumhacken und die Jungen hacken auf den Alten rum, das mag ich überhaupt nicht. Deswegen nochmal Real Talk hier. Idioten gibt es in jeder Generation und tolle Menschen auch. Und die Aufgabe von jedem von uns ist einfach nur, sich von den Idioten fernzuhalten. Zurück zum Thema. Wie geht das denn jetzt finanziell, wenn man das ganze Jahr im Urlaub ist? Darüber müssen wir reden. Und kleiner Spoiler vorab, es hat sehr viel mit dem australischen Altersvorsorgesystem zu tun. Graue Nomaden sind vorwiegend Rentner. Aber es sind auch nicht die ärmsten Rentner. Schaut, ihr müsst wissen, in Australien gibt es zwei Arten von Rentnern. Age-Pensioners, die die staatliche Mindestrente beziehen. Das ist nicht so doll, also Hartz-IV-Niveau. Und Self-Funded Retirees, also Menschen, die über die halbprivate Säule der australischen Altersvorsorge, das sogenannte Superannuation, im Laufe ihres Arbeitslebens viel angespart und sich dann zum eintrittenden Ruhestand auszahlen lassen. Das sind oft mehrere hunderttausend Dollar, manchmal sogar mehr als eine Million. Ich habe es ja schon an anderer Stelle gesagt, dass in Australien es mit einem halbwegs guten Job nicht schwierig ist, im Alter sehr wohlhabend zu sein. Und hinzu kommt das Haus. Der Anteil der Immobilienbesitzer ist sehr hoch in Australien. Häuser werden oft schon in den späten 20er oder 30er Lebensjahren gekauft. Die Preise sind über Jahrzehnte immer so um sieben Prozent pro Jahr gestiegen. Und ein Verkauf eines durchschnittlichen Hauses bringt zwischen 500.000 und einer Million Dollar ein. Wenn ich also mein Supergeld habe, mein Altersvorsorgegeld, dann noch mein Haus verkaufe, das alles dann wieder anlege, während ich es ausgebe, dann funktioniert das finanziell. Und Graue Nomaden haben normalerweise auch keinen festen Wohnort, sparen sich also auch die damit verbundenen Fixkosten. Sie leben oft im Alltag relativ einfach, kochen zum Beispiel viel selbst oder ziehen an Orte weit draußen, an denen man ohnehin nicht viel Geld ausgeben kann. In den letzten Jahren habe ich aber auch gehört, dass wegen der Inflation und der hohen Spritpreise auch einfach mal die Fahrdistanzen reduziert werden. Dann machen wir uns nichts vor. So ein 8-Zylinder-Toyota-Landcruiser-Diesel mit Wohnwagen, den bewegt man nicht für unter 20 Liter Sprit pro 100 Kilometer. Und das kann natürlich ganz schön ins Geld gehen, vor allem wenn man eine krasse Tour macht, wie zum Beispiel The Big Lab, also einmal um Australien rum, 12.000 oder mehr Kilometer sind das. Wer nicht genug Ersparnisse für den nomadenhaften Lebensziel hat, der kann sich aber unterwegs auch Arbeit suchen. Dafür gibt es zahlreiche Angebote und je erfahrener, gewiefter und fitter so ein grauer Nomade ist, desto besser die Möglichkeiten. Da gibt es Plattformen online und natürlich tauschen sich auch graue Nomaden viel untereinander aus, vor allem über Facebook. Also, finanziell ist das machbar, wenn man zumindest halbwegs auf der Sonnenseite im Berufsleben stand. Im nächsten Kapitel schauen wir uns an, wie der Lebensstil der grauen Nomaden ganz konkret von Tag zu Tag ausschaut. Insgesamt gesehen ist das Leben der grauen Nomaden oft einfach und naturnah. Man übernachtet an mehr oder weniger abgelegenen Orten, bleibt halt dort so lange, wie man möchte, kauft ein, wenn sich Gelegenheit bietet, sucht sich Orte zum Wäsche waschen, Müll entsorgen, Strom aufladen. Viele grauen Nomaden haben aber auch Devices und Gadgets mitgenommen, schauen fern abends, haben Hobbys, zum Beispiel Bowlen, Schwimmen, Golfen, alles halt, was man unterwegs machen kann, wenn man neu in der Stadt ist. Auch touristische Angebote und Museen werden wahrgenommen. Also, ich glaube, viele davon haben echt seitenlange Bucketlists mit Dingen, die sie in Australien besuchen und abarbeiten wollen. Größere Städte werden aber meistens gemieden, aus finanziellen Gründen, natürlich auch aus praktischen Gründen. Wer schon mal versucht hat, mit einem Wohnmobil in der Stadt zu navigieren oder das irgendwo zu parken, der weiß, wovon ich rede. Da fällt mir gerade ein, geht ihr gerne mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen campen? Seid ihr vielleicht im Moment gerade in Australien mit einem eigenen Van unterwegs? Falls ja, dann erzählt doch bitte gerne davon in den Kommentaren. So, viele grauen Nomaden sind zu zweit unterwegs als Paare und manche haben auch ihren Hund dabei, sehr beliebt, auf ländlichen Campingplätzen, das ist nämlich meistens erlaubt, seinen Hund mitzubringen. Und wenn sie nicht campen, dann fahren sie eben, erkunden die atemberaubende Natur Australiens, die Wüsten des Outbacks, die spektakulären Küstenlinien, die dichten Regenwälder. Zu bedenken gibt es aber, das Ganze ist kein ganz minimalistischer Lebensstil, denn die meisten grauen Nomaden sind super ausgestattet. Man sieht alles von einfachen Wohnwagen bis hin zu sehr prunkvollen Wohnmobilen. Gut geeignet halt, um das ganze Jahr drin zu leben. Einige sind auch keine gewöhnlichen Fahrzeuge, das sind richtig kleine Paläste auf Rädern. Dann stelle ich zum Beispiel mal einen 12 Tonnen schweren Reisebus vor, komplett umgebaut und für zwei Personen als Reisemobil optimiert. Oder riesige Allradfahrzeuge mit entsprechendem Equipment. Also jedes Fahrzeug ist halt auch ein Zuhause auf Rädern und das wird dann von seinen Besitzern auf deren Vorlieben und Bedürfnisse absolut maßgeschneidert. Weil es eben auch nicht nur für ein paar Wochen ist, sondern für Monate, Jahre oder auch Jahrzehnte. Und obwohl das Leben als grauer Nomade jetzt auf den ersten Blick ein bisschen einsam erscheinen mag, sind sie in Wahrheit ja auch Teil einer Gemeinschaft. An Campingplätzen kommen sie zusammen, um die Geschichten zu teilen, Wissen zu teilen, sich Tipps zu geben, besten Orte zum Übernachten auszutauschen. Und sie sind auch digital vernetzt. Auf Facebook gibt es dutzende Gruppen, wo sich graue Nomaden austauschen. Übrigens ist auch die Kommunikation per Funk noch sehr beliebt, dass man eben auch, wenn man fährt, sich vielleicht mit dem Wohnwagen hinter einem oder zehn Kilometer weiter entsprechend unterhalten kann. Aber ist das alles nur Fun and Games und super easy? Kann das jeder machen? Natürlich nicht. Und jetzt reden wir ein bisschen über die Herausforderungen dieses Lifestyles. Das Leben als grauer Nomade ist voller Abenteuer, doch es birgt auch seine ganz eigenen Herausforderungen. Von begrenzten Ressourcen über unberechenbares Wetter bis hin zur ständigen Anpassung an neue Umgebungen. Die Straße hält eben stets Überraschungen bereit. Unfälle, Reparaturen, Reifenwechsel, Krankheiten, Wetterprobleme, Naturkatastrophen. Das sind nur einige dieser Hürden, vor denen man steht, wenn man so lange mit einem Reisemobil unterwegs ist. Ich kenne ein älteres Pärchen, bei dem einer von beiden regelmäßig zur Dialyse muss. Und die beiden planen ihr Vanlife immer von Krankenhaus zu Krankenhaus, aber lassen sich einfach nicht abschrecken. Finde ich sehr inspirierend. Ganz tolle Sache. Die Freiheit, finde ich, die mit dem Leben als grauer Nomade verbunden ist, die macht auf jeden Fall die Herausforderungen wieder wett. Und das beweist ja auch die steigende Zahl der grauen Nomaden und einfach wie wahnsinnig beliebt dieser Lifestyle hier in Australien ist. Könnt ihr euch das eigentlich auch vorstellen, mit mobilen Gefährt über Jahre lang, über Jahrzehnte in Australien unterwegs zu sein? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Für mich ist klar, das klingt auf jeden Fall tausendmal besser, als zu Hause rumzusitzen und einfach nur zu warten, dass man irgendwie von seinem Lehnsessel kippt. Die grauen Nomaden verkörpern das Streben nach Freiheit, Abenteuer und einem Leben in Einklang mit der Natur. Das ist basically ja all das, was auch die jüngeren Generationen mit Vanlife, Backpacking, Digital Nomads und so weiter auch wollen. Nur, dass die grauen Nomaden halt das Argument zu alt einfach mal gecancelt haben und es einfach trotzdem machen nach dem Motto jetzt erst recht. Und das finde ich einfach mega inspirierend. Denn egal, wie unbequem so ein Lifestyle manchmal auch sein mag, so ein Leben ist doch viel spannender, als irgendwo zu Hause über Jahre und Jahrzehnte friedlich einzuschlafen. Oder seht ihr das ganz anders? Könnt man euch vielleicht mit diesem Dauercamping auf Steroiden bis nach Kuba Pidi jagen? Dann widersprecht mir bitte aufs Schärfste in den Kommentaren. So oder so, ich hoffe, dass euch dieser Einblick in die Welt der grauen Nomaden gefallen hat. Wenn ja, vergesst nicht, dieses Video zu liken, zu kommentieren und zu teilen, vielleicht auch mit euren Großeltern. Vielleicht sind das die grauen Nomaden der Zukunft. Und abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr weitere Behind-the-Scenes-Einblicke in Australien erhalten wollt. Bis dahin, alles Gute und Cheers! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020